Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Ereignisse Ticket und heute habe ich das Spiel Hostel Castle Fantasy Kingdom. Viel Spaß! So und da sind wir schon wieder und heute mal das Spiel... Ah, Scheiß ist am Zug! Jetzt noch ein bisschen leiser... Schon einmal eine Belohnung abholen, das ist gut. Echt? Viele Werbung hier! Meine Güte! Ach, die nächste Videokasse... Ja, mein eine Account ist ja leider weg. Deswegen muss ich jetzt nicht hier weitermachen. Ärgerlich! Fünf Minuten... Ähm, was mache ich denn jetzt so heute hier? Ah, mit dem Abfall... Auf Wiedersehen! Okay. Hey! Die erste Belohnung von 30. Ich würde mal sagen, wir machen hier ein Leuchtturm. Was ist der Leuchtturm? Der ist schwächer, der ist noch schwächer. Kann ich das schneller machen? Nein, noch nicht. Ich muss gegen die andere Lauf. Ich muss gegen die andere Lauf. Oh Dann hau mal eins auf die Mütze. Es wird schon schwer, aber ich denke es gerade gefallen. Noch zwei Kämpfe habe ich vor mir. Boah, den werde ich nicht besiegen. Aber den kriege ich noch. Ich hoffe. Ja, los. Boah, ganz knapp. Haben wir geschafft. Jawohl. So soll es sein, oder? Easy going. Der letzte Kampf. Oh, bisschen warten. Der Jürgen muss noch repariert werden. Repariert. Angriff. Jetzt fangen wir zuerst mit den Löwen an, wenn er frei ist. Das könnte mir mal denken. Das habe ich vorhin gesagt. Dass ich den wahrscheinlich nicht schaffen werde. Was ist denn da? Ich hatte die Räule. Ich habe mich bei den Löwen an. Hier ist die Läule und ich gebe das nicht. Ich habe ihn mit dabei. Der Leuk. Ich bin der Leuk. Ich habe ihn schon zuerst gesehen. Ich habe die Läule. Mit einer Schauspielerin. Da werde ich jetzt mal kurz auf den Markt gehen. Wie habe ich alles? Hospito habe ich noch nicht alles. 3 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Schauen wir mal mit der Küche an. Wo ist die Küche? Küche Level 1. Speisesaal, Keller, Wohnzimmer. Schalenhahn, Kaserne. Ach so, ja, stimmt. Nee, kann man sowas lassen. Keller, Küche, Schließung. Die trainiert noch. Der ist schon auf dem höchsten Level. Da werde ich den mal kurz wegpacken. Ja, gut. Oh, ist das auch neu. Das kenne ich auch nicht. Aber erstmal kommt jetzt... ein kurzer, 5 Stunden. Die Sonne wird hoch, Schaden, und? Ne, der hinten braucht mehr Schaden. Schadenquillt kriegt ausweichen. Magisch, magisch, Schadenquillt. Ne, passt. Okay. 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 Den hier beim Mai ab. Ah, keine Ahnung, keine Ahnung, kein Ahnung. Oh, besser, besser, besser. anlegen. Mächste auch schlechter. Okay. Dann wird es der Krieger. Und dann wird es der Krieger. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Und dann wird es der Krieger. Ich bin ja, ich bin ja. Der muss mehr Ausflächen haben. Stellt mir entscheiden, was ihn jetzt mit einer Chance zu 1,21, innerhalb von Schleswig-Holips 5,30, und dann hat er diese Unterricht wieder her. Ja, das hört sich auch gut an. Ja, so. Oh, okay. So. 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 Panschen, so leicht. Ich habe gerade das Energieschnitt von meiner Rüstung Schwächer geboren. Egal. Also jeder fünfte Schlag hält mich und dann Heiler noch jedes Mal und viel Ausweichen. Egal. 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 Ich bin jetzt nur 52 da, uuuuh Uuuuh Habe ich einen Gegner angegriffen oder Monster? Ich dachte, ich hätte Gegner angegriffen Ok Ok Alex Ein Griff So, wieder die Spider Und dann noch 3 Und dann muss ich sagen, dass das was Easy Exer Gegner Exer Gegner Exer Gegner Exer Gegner Ok Den greifen Nummer 3 Nächster Gegner Nächster Gegner Null Angriff Nummer 4 Nummer 4 Nummer 4 Ah genau Perfekt Ok Hauptmenü Und der etwas zu mich Ok Ok Abholen 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 So Leute Dann muss ich mir sagen, das war's schon wieder für heute Dann würde ich das Spiel beenden und sage bedankt schon fürs Zuschauen Und ich würde mich freuen wenn ihr mal danach hättet Bis, da habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüühhh Vielen Dank.